SilaCoin, ein dubioses Fantasieprodukt. Alles ist Lüge, da wird nicht getradet, alles ist weg. Ihr Geld ist weg, wenn Sie dort investiert haben. Haben Sie denn dann eine Chance, Ihr Geld zurückzubekommen? Das ist ja für Sie die wichtigste Frage, denke ich mal. Die Chancen sind größer, als Sie sich das vorstellen können. Aber wie das geht, das kann ich Ihnen erst am Ende des Videos sagen. Hallo, ich bin Annegarn-Bad Jochenresch zum Thema SilaCoin. Reines Fantasieprodukt, alles wird vorgetäuscht, sehr aggressiv, wie wir mitbekommen haben. Alles weg. Was können Sie tun? Manche gehen zur Polizei. Nein, richtig, sollte man machen, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass alles eben nur dazu führt, dass die Täter verfolgt und bestenfalls bestraft werden. Eine Strafatzeige dient nicht zur Wiederbeschaffung des Geldes. Jedwas nicht voran ist. Hier setzen wir, wir folgen der Spur des Geldes. Und das mit gutem Erfolg. Früher sagte man ja, Geld ist nie weg, sondern nur woanders. Wir können uns heute ergänzen. Wir können Geld digital verfolgen. Hightech ist das allerdings. Man muss die richtigen Werkzeuge dazu haben. Sonst geht das natürlich nicht. Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, können Sie mich gerne anrufen unter 0 0 8 8 5 9 7 7 0. Oder Sie können natürlich auch auf unsere Webseite gehen. Sie müssen einfach nur dem Link folgen. Sie finden dort auch einen Fragebogen. Wenn Sie den Fragebogen ausbilden, bekommen Sie von uns eine kostenlose Einschätzung Ihres Feindes. Wir sagen Ihnen erst einmal, ob wir einen Fall überhaupt übernehmen können. Er muss hinreichend auf was für sich genommen. Wenn ja, sagen wir Ihnen, was wir konkret machen und welche Kosten Ihnen entstehen würden. Die Einschätzung selber ist kostenlos. Mit dieser Einschätzung haben Sie alle Informationen, Sie kennen alle Fakten und sind deshalb in der Lage, die für Sie persönlich richtige Entscheidung zu treffen. Warum Sie Ihr Geld zurückhaben wollen, wenn Sie selber messen, beurteilen können. Vielen Dank. Weiter. Untertitelung des ZDF, 2020